Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu diesem vierten ComSumCast, eine Gemeinschaftsproduktion von Zürcher Presseverein und der Zürcher PR-Gesellschaft, quasi als Ersatz für den jährlichen Communication Summit. Am Mikrofon ist Reto Lieb. Wir führen Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Medien- und Kommunikationsbranche immer unter dem Obertitel. Was hat Corona in dieser Branche verändert? Was macht Corona und was bleibt? Heute begrüsse ich Erich Guier. Seit sechs Jahren ist er der Chefredakteur der NZZ. Dieser Zeitung hat er eigentlich auch fast sein ganzes Berufsleben gewidmet. Er begann dort 1986 als Praktikant. Er war Deutschland-Korrespondent, Auslandschef und eben seit 2015 Chefredakteur. Und er besorgt zusammen mit CEO Felix Graf, die Geschäftsführung der NZZ AG. Herzlich willkommen im ComSumCast Erich Guier. Vielen Dank für die Einladung. Herr Guier, erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Was hat Corona Sie ganz persönlich gelehrt? Hüte dich vor vorschnellen Urteilen. Das gilt für Journalisten, es gilt auch für Politiker, es gilt eigentlich für fast jeden, der sich in irgendeiner Form mit dem ganzen Corona auseinandergesetzt hat. Hüte dich vor vorschnellen Urteilen. Vor einem Jahr fühlten sich die Deutschen als Corona-Weltmeister. Sie glaubten, niemand habe das Ganze so gut gemanagt wie sie. Heute haben sie ein Impfproblem. Haben wir in der Schweiz auch. Und diejenigen, die vor einem Jahr ganz besonders schlecht dastanden, die USA, Großbritannien. Ja, in Großbritannien geht man jetzt wieder in die Pubs. Stehen besser da. Also Sie haben gesagt, vor vorschnellen Urteilen. Aber ist das nicht gerade ein bisschen das Problem der Journalisten? Die sind gefordert, in der heutigen digitalen Welt ständig Urteile zu fällen, so schnell wie es geht. Es muss alles live, alles sofort sein. Ich halte das für eine faule Ausrede, zu sagen, in der digitalen Welt muss jetzt alles viel schneller sein. Natürlich, es hat sich eine Beschleunigung ergeben dadurch, dass Sie nicht mehr einen festen Redaktionsschluss haben, bei einer Tageszeitung alle 24 Stunden. Aber abgesehen davon, man kann auch sehr schnell wieder korrigieren. Also wenn man einen Fehler macht im Digitalen, er ist sehr schnell korrigiert. Ich glaube, es kommt weiterhin, wie auch in der guten alten oder mindestens in der alten Medienwelt, auf die Sorgfalt der Recherche an, darauf, dass man auch mal einen Schritt zurück tritt, bevor man irgendetwas in die Tasten haut. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Die Tugenden sind dieselben geblieben. Wir müssen sie halt nur beherzigen. Noch mal schnell ein bisschen auf der persönlichen Ebene. Ich habe gerade das Branchenmagazin Der Journalist gesehen. Da sind Sie auf dem Titelbild. Und dann gibt es die Unterschrift Ein Chefredakteur zum Fürchten. Muss man Angst haben vor Erich Guier? Das glaube ich nicht. Sie sollten allerdings diese Frage nicht mir stellen, sondern den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber es ist immer sehr leicht, irgendwie ein paar anonyme Quotes, deren Wahrheitsgehalt und Herkunft man nicht überprüfen kann, zu einem Artikel zusammenzubrauen. Und vor allen Dingen, wenn die meisten Quotes dann auch schon ein paar Jahre alt sind, wie in dem Fall. Es ist halt gut abgeschrieben aus anderen Artikeln und es hat ganz klar auch eine politische Komponente. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber ist das jetzt für Sie eher ein Ärgernis oder ist es sogar ein Kompliment? Weil wenn man gefürchtet ist, dann ist man ja auch respektiert. Dann ist man eben nicht der Nette, sondern man hat etwas zu sagen. Da ich nicht gefürchtet bin oder es glaube, nicht gefürchtet zu sein, ist es weder ein Kompliment noch irgendetwas anderes. Es ist halt einfach ein Artikel. Einfach ein Artikel. Einfach irgendjemand, der da etwas über sich geschrieben hat. Darum sind Sie hier. Hier können Sie ja direkt sagen, was zu sagen ist. Wenn wir so ein bisschen, Sie haben schon ein bisschen eingeleitet über die Corona-Phase sprechen für die Medien. Wie würden Sie beurteilen, haben die Schweizer Medien, jetzt mal vor allem die Verlagshäuser, wie gut haben die klassischen Medien diese Krise gemeistert in einer Zeit, wo eigentlich das Informationsbedürfnis extrem hoch war? Also wenn ich jetzt da mal vor allen Dingen an die NZZ denken darf. Es war zuerst mal eine riesige technische Herausforderung. Sie müssen sich vorstellen, dass von einem Tag auf den anderen, also es war noch vor dem offiziellen Lockdown-Beschluss des Bundesrates im letzten März, haben wir als NZZ-Redaktion beschlossen, wir gehen jetzt dann ins Homeoffice und das haben wir von einem Tag auf den anderen umgesetzt. Das war schon eine extreme Herausforderung. Rein technisch, rein organisatorisch. Es ist dann, wenn ich jetzt wiederum mehr auf der Produzentenseite bleiben darf, es ist dann natürlich eine große Herausforderung für die Geschichten und für die Kreativität. Denn Sie können sich nicht mehr gegenseitig, so wie wir uns zwei jetzt anschauen können und einander die Mimik sehen und wissen, wie der andere reagiert. Sie können natürlich heute einen Videocall machen, aber es ist nie dasselbe. Das machte damit, also eine interessante Zeitung zu machen, wurde dadurch schwieriger. Wenn man das jetzt mal aber alles, um das eine Klammer rummacht, ich glaube für den Konsumenten und die Konsumentin hat sich nicht so viel verändert. Ich glaube wir haben, und da spreche ich jetzt wie gesagt zuerst mal für die NZZ, ich würde da aber die anderen durchaus mit einschließen, wir haben sicher nicht weniger Qualität geboten. Und es ist dann eben natürlich immer die Frage gewesen, wie gut waren sie aufgestellt. Wir waren schon in der Digitalisierung seit ein paar Jahren. Das heisst, unsere ganzen Prozesse, die konnten wir so umstellen aufs Digitale. Bei vielen anderen ist das nicht so gewesen. Und sind die Journalisten jetzt weiter weg von ihrem Thema? Also wenn sie zu Hause Interviews machen im Homeoffice, eben wenn sie die Leute nicht mehr direkt sehen, hat das nicht auch dann einen Einfluss auf den Artikel? Also das heisst, spüren wir Journalisten die Welt weniger, wenn wir uns im Homeoffice befinden? Ich glaube das schon, ja. Weil es passiert halt viel mehr per Telefon oder per Teamsitzung oder was auch immer, wo sie früher rausgegangen wären und mit Menschen geredet hätten. Das ist sicherlich ein Manko. Auf der anderen Seite können wir natürlich jetzt in der Krise Stärken ausspielen, die wir schon vorher aufgebaut haben, aber die jetzt zum Beispiel zum Tragen kommen. Zum Beispiel unsere Datenjournalisten. Unser immer größer werdendes Team von Datenjournalisten, das die Zahlen zur Infektion schneller und besser aufbereitet hat als das BAG. Das muss man mal so klar sagen. Private Medien wissen besser, was an Datenbeständen läuft in der Coronakrise als das BAG, das sich bekanntermaßen ja mit der Digitalisierung sehr schwer tut. Das ist ein echter Fortschritt, wie ihn heute private Medien bieten können. Früher gab es gar nicht so etwas wie Datenjournalisten. Wir wären vor grossen Datenmengen wieder hilflos geblieben. Und wie pluralistisch war jetzt die Schweizer Medienlandschaft? Es gibt ja immer wieder diese Vorwürfe, Sie haben das vor allem der SRG unterstellt, die ist zu wenig regierungskritisch, ist ein Sprachrohr der Regierung. Wenn wir jetzt auf die Verlagshäuser schauen, gibt es da so ein Mainstream oder gibt es diese unterschiedlichen Meinungen, zum Beispiel eben über das Corona-Management der Regierung? Gibt es das? Oder würden Sie sagen, zu wenig kritisch insgesamt? Also ich glaube, da ist jeder seiner Ausrichtung treu geblieben. Die NZZ ist gegen einen überbordenden Staat immer kritisch und setzt sich für individuelle Freiheiten ein. Das hat natürlich auch unsere Kommentierung in der Coronakrise bestimmt. Da komme ich jetzt gleich auf einen Artikel von Ihnen. Sie haben etwa vor einem Jahr haben Sie geschrieben über den Seuchensozialismus. Das hat damals ziemlich viel Wirbel zu Wirbel gefühlt. Sie haben geschrieben, die Coronakrise besiegen wir nur mit Selbstverantwortung, nicht mit Seuchensozialismus. Jetzt sind wir ein Jahr weiter fast. Sind wir jetzt total in diesem Seuchensozialismus gelandet oder gibt es jetzt schon eine andere Qualifikation von Ihnen? Nun, es war ja nicht nur mein Artikel, sondern es waren ja viele Stimmen, die davor gewarnt haben, dass der Staat sich in dieser Krise wirtschaftlich, aber auch im Umgang mit den individuellen Freiheiten eine zu starke Rolle anmaßt. Das war ja nicht nur ich. Und weil es nicht nur ich war, sondern es ein breites politisches Spektrum, hat das auch Wirkung gezeigt. Und ich glaube, die Schweiz hat eben viele Fehler, die andere Länder gemacht haben, nicht gemacht. Zum Beispiel, man ist vorsichtiger bei den Ausgabenprogrammen gewesen. Man ist aber auch nicht so hart bei den Einschränkungen gewesen. In Deutschland spricht man inzwischen anerkennend vom Schweizer Modell. Und dass in einem Land, das jetzt nun seit November in so einem halblebigen Lockdown ist und seit kurzem auch noch eine nächtliche Ausgangssperre hat. Deutschland zieht die Notbremse und wir öffnen. Was heisst das jetzt? Heisst das jetzt für die Schweiz, dass sich im Prinzip die Wirtschaft durchgesetzt hat gegenüber der Gesundheitspolitik? Ich glaube nicht, dass es nur die Wirtschaft ist, sondern es sind ganz viele Menschen. Weil unsere Infektionszahlen sind höher als in Deutschland. Unsere Infektionszahlen sind höher, aber offensichtlich sind wir klug genug, nicht nur auf Inzidenzwerte, also an Steckungsraten zu schauen, sondern eine Gesamtbetrachtung anzustellen, in der eben auch einfließt, wie geht es den Jungen? Das ist ja ein Thema, das in den letzten Tagen besonders diskutiert wurde. Wie geht es den Spitälern? Wie geht es unseren Notfallstationen? Das gibt ein Gesamtbild. Die Deutschen haben eine Neigung, sich auf einzelne Werte zu konzentrieren und die dann wirklich bis zum Ultimo auch zu exerzieren. Da sind wir klüger. Man könnte auch sagen, die Deutschen haben eine Strategie zumindest. Wir wursteln uns einfach durch und das ist ja gut so, weil die Schweiz war schon immer am erfolgreichsten dann, wenn sie eigentlich keine Strategie hat. Man hat sich einfach so von Tag zu Tag durchgewusst. Sie haben ja vorhin auch gesagt, man sollte sich vor vorschnellen Urteilen hüten. Also das heisst von Tag zu Tag Politik. Aber die Deutschen haben keine Strategie. Also das ist ja genau das, was in Deutschland unterdessen auch... Doch, sie haben die Strategie einfach strikter zu sein als wir. Ja, aber sie lockern dann auch zwischendrin wieder. Also sie hatten den sogenannten kurzen November-Lockdown, der sich ja dann bis in den Februar, März hineinzog. Dann wurde das alles wieder gelockert, kurz darauf. Und jetzt haben wir solche schönen Dinge wie eine Bundesnotbremse. Auf dieses Wort muss man erst einmal kommen. Also ich glaube, ich sehe da keine Strategie. Okay, aber wenn man sie so hört, würde man sagen, der Erich Guyer gibt der Schweizer Regierung eine gute Note eigentlich für dieses Jahr. Ich glaube, die Schweizer Regierung hat, wenn wir jetzt nur beim Management bleiben, ich rede nicht von der Impfkampagne, ich rede vom Management der Krise, hat die Regierung nach auch schwierigem Anfang dazugelernt. Und hat sich für einen klügeren Weg entschieden. Ihre Frage war ja, das mit dem Seuchensozialismus. Ich denke eben auch, weil der Chor der Mahner und Warner eben in der Schweiz relativ groß war. Und wenn man eine Note gibt von 1 bis 6, Schweizer Regierung, was würden Sie sagen? Tja, was soll man da sagen? Es war, na gebe ich mal eine 5 oder gerne 4. So irgendwas zwischen 5 und 4. Ah, 4 bis 5. Und der deutschen Regierung, ungenügend? Da würde ich im dortigen Notensystem sagen, eine 4 minus. Ah, okay. Also doch relativ ungenügend, muss man sagen. Sie haben etwas gesagt, das würde ich gerne noch von Ihnen hören. Sie haben geschrieben, dass die Seuche, die Schwachstellenaufdecke von Politik und Wirtschaft, welche Schwachstelle ist für Sie die zentrale, die da aufgedeckt wurde, in der Schweiz? Zum einen unser schlechte Krisenmanagement und Krisenvorbereitung, also nicht Krisenmanagement, sondern Krisenvorbereitung vor allen Dingen. Dass wir völlig vom Radarschirm verloren haben, dass es so etwas wie Gesundheitskrisen geben kann. Man hat mit Terrorismus gerechnet, mit vielem anderen. Aber dass es so etwas geben kann, wie ein Virus, das ein ganzes Land und nicht nur ein Landschachmatt setzt, das hatten wir nicht mehr auf dem Schirm. Dabei waren die gewarnt, wir hatten 2008 SARS, oder? Also wir hätten eigentlich gewarnt sein müssen. Ja, wir hatten auch entsprechende Berichte und Studien, auch auf Regierungsseite. Und wir haben sie einfach nicht beherzigt, das war das eine. Das zweite ist sicherlich die Digitalisierung, die doch jetzt klar ist, wie weit wir zurückhängen bei der Digitalisierung unseres Gesundheitswesens, bei der Digitalisierung der öffentlichen Hand insgesamt. Aber da müssen wir natürlich sagen, da sind wir alle dran schuld. Das kann man nicht auf jemand anders schieben. Wieso alle sind wir dran schuld? Ja, nehmen Sie doch nur mal die Abstimmung zur EID, also zur elektronischen Identifikation. Die haben wir ja glorios an der Urne versenkt, obwohl das natürlich ein wichtiger Baustein wäre, um viele Prozesse zu digitalisieren. Wir sind also als Gesellschaft extrem digitalisierungskritisch. Und ich glaube, das ist uns auf die Füße gefallen, vor allen Dingen in der Anfangsphase. Mein positives Urteil über das Krisenmanagement in der Schweiz bezieht sich ja jetzt eher auf die Spätphase. Am Anfang war es ja wirklich trist, wie wenig man wusste, wie schlecht die Informationen geteilt wurden. Sie müssen sich vorstellen, die Schweiz hatte kein landesweites Register über freie Notfallintensivbetten. Dafür über Kühe, wie viele Kühe? Ja, also es waren Ärzte am Unispital Zürich, die eine private WhatsApp-Gruppe gestartet haben, um ein solches Register aufzubauen. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist Wahnsinn eigentlich. Aber heisst das jetzt, dass diese Krise das auch massiv beschleunigt? Oder nimmt die Skepsis eher noch zu? Gegenüber Digitalisierung zum Beispiel. Wie er diese Abstimmung gezeigt hat, oder? Ja, die Abstimmung hat das gezeigt. Vielleicht wäre sie noch eindeutiger ausgefallen, wenn wir nicht Covid hätten. Das weiss man nicht. Also es ist, glaube ich, mindestens in der Politik und in den Medien, was ja schon mal zwei nicht völlig unbedeutende Transmissionsriemen sind, angekommen, dass wir da ein Manko haben. Und das auch beschleunigen müssen. Kommen wir mal noch zur NZZ. Sie sind immer so, in den Medien werden Sie beschrieben, als hätten Sie die NZZ nach rechts positioniert. Ich habe gerade den Kurt Zimmermann gelesen, kürzlich in der Weltwoche. Der hat da so eine Skala aufgestellt von verschiedenen Medien. Der hat gesagt, das Medium ist in der Mitte, das ist links von der Mitte, das ist rechts von der Mitte. Und die NZZ, hat er geschrieben, ist nach rechts gewandert. Und zwar noch mehr nach rechts als die Weltwoche, habe ich mit Erstaunen gelesen. Die NZZ ist rechts und die Weltwoche ist rechtsliberal. Das Wort liberal kommt nicht mehr vor bei der NZZ. Das hat mich doch sehr gewundert. Stimmt das oder ist das jetzt einfach nur wieder eine Erfindung eines Kommentators? Ich glaube, wenn wir darüber reden würden, dass ich nun also ein Manager von Mercedes sei und Sie würden mir vorhalten bei BMW, sagt man aber, die Autos von BMW seien besser als die von Mercedes, dann würden alle Zuhörer gleich sagen, nun, das ist halt Marketing. Wenn Medien über Medien reden, sind es aber ewige Wahrheiten. Also ich kann mit dieser ganzen Berichterstattung nichts anfangen. Ich glaube allerdings, dass ich das liberale Profil der NZZ ab 2015 wieder geschärft habe. Und was ist heute eigentlich noch liberal? Würden Sie sagen, Sie sind rechtsliberal oder einfach liberal? Was ist überhaupt liberal für eine Zeitung wie die NZZ? Ein liberaler hat einmal gesagt, liberal ist man immer ohne Vorsilbe. Also rechtsliberal geht nicht? Geht eigentlich nicht. Da würde ich dann sagen, es ist im Geiste des Freisinns, ohne dass wir eine Parteizeitung sind. Was ist liberal? Liberal ist natürlich einerseits, was ich schon gesagt habe, eine gewisse Skepsis gegenüber dem Staat, dass der Staat Dinge regelt, die Private besser können. Und da muss man sagen, der Liberalismus hat in den letzten Jahren, ja, ist auf dem Rückzugsgefecht gewinnen. Ist in der Krise eigentlich. Ich würde nicht sagen, in der Krise, nein, nicht in der Krise, ist auf einem Rückzugsgefecht, weil wir sehen, dass die Gesellschaft, wenn Sie nur mal nehmen, staatsnahe Bereiche Beschäftigte, die haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen, während die Anzahl der Beschäftigten in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe ist deutlich zurückgegangen. Also es sind immer mehr Menschen in der geschützten Zone des Staates beschäftigt. Das zeigt, dass der Liberalismus zurückgegangen ist, dass er, daraus würde ich allerdings das ableiten, dass der Liberalismus heute notwendiger denn je ist, um diese Entwicklung im besten Falle aufzuhalten und vielleicht sogar wieder ein Stück zurückzudrehen. Notwendiger denn je? Doch, ich würde doch sagen, dass er in der Krise ist, weil vor 10, 15 Jahren, da gab es noch diesen liberalen Aufbruch, man hat das neoliberal genannt. Heute ist doch genau das Gegenteil der Fall. Also wenn man nach Amerika schaut mit Joe Biden, wenn man auch schaut in der Schweiz, da leben Hunderttausende von Leuten von der Kurzarbeit. Also der Staat ist in der Wirtschaft übermächtiger geworden, gerade durch diese Krise auch. Ich würde sagen, Liberalismus hat es immer schwer, weil er ist immer sehr begründungsbedürftig. Der Konservatismus hat einen einfachen Claim, der ist auf den ersten Blick sehr einleuchtend. Alles muss so bleiben, wie es ist. Und die Linke hat auch einen klugen Claim, mindestens auf den ersten Blick zahlen sollen immer die anderen. Einen so einfachen Claim hat Liberalismus nicht, weil er muss immer die Balance suchen zwischen dem, was natürlich die Gesellschaft stemmen muss. Liberale sind ja keine Gegner des Staates. Und aber gleichzeitig schauen, dass die individuellen Freiheiten und auch die Wirtschaftsfreiheit nicht unter die Räder kommt. Das ist ein bisschen komplexer und darum haben Liberale nicht so einen schönen Claim. Und das schadet ihnen manchmal. Und Liberal heißt eben nicht libertär, weil Sie jetzt gesagt haben, Liberale sind eigentlich nicht gegen den Staat. Libertäre eigentlich schon, oder? Ja, das ist so eine Spielart, die mir tatsächlich auch ein bisschen fremd ist. Weil, was würden wir machen, ohne einen Staat, der gewisse Dinge regelt? In Deutschland hat man dafür das schöne Wort der Daseinsfürsorge. Also der eben dafür sorgt, dass es eine Gesundheitsvorsorge und ähnliche Sachen gibt. Kein vernünftiger Liberaler lehnt das ab. Und Libertäre, ja, ich weiß nicht, ob Sie dann im Zweifelsfalle aufs Spital verzichten, sofern Sie nicht in der Lage sind, sich ein Privatspital zu lassen. Sie gehen nur ins Privatspital. Von daher. Kommen wir noch mal zurück zu der NZZ. Kommen wir noch zu der NZZ am Sonntag. Weil ich vorher gesagt habe, man vermutet bei Ihnen immer so, dass Sie die Zeitung nach Recht steuern wollen. Jetzt gibt es natürlich auch Gerüchte über die NZZ am Sonntag. Da gab es jetzt einen Chefredaktorenwechsel, sehr abrupt, sehr kurzfristig. Und da hat man gesagt, ah, das war jetzt wieder Erich Guyer, der quasi den alten Chefredaktor abgesetzt hat und mit Jonas Breuer einen neuen geholt hat, weil die NZZ am Sonntag zu wenig rechts ist. Wenn man da die Qualifikation von Herrn Zimmermann sieht, dann ist die in der Mitte, ziemlich in der Mitte, die NZZ am Sonntag. War das jetzt, gibt es da politische Überlegungen? Jetzt wundere ich mich aber schon ein bisschen über Sie, Herr Lippen, weil die NZZ ist eine Aktiengesellschaft. Die NZZ hat einen Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ernennt und entlässt Chefredaktoren und CEO. Und er entlässt im Übrigen auch, er nennt die Rösserleiter. Glauben Sie im Ernst, dass das außer Kraft gesetzt würde, nur meiner blauen Augen wegen? Natürlich nicht. Aber Sie untertreiben jetzt natürlich auch so ein bisschen Ihren Einfluss, der ist ziemlich groß. Denn Sie haben die NZZ doch recht erfolgreich geführt. Und der Verwaltungsrat macht doch öfters mal, was die CEOs gerne wollen. Das sieht man auch in anderen Firmen. Und das könnte auch bei der NZZ so sein. Wir haben einen sehr selbstbewussten Verwaltungsrat und das ist auch gut so, der wirklich die Strategie vorgibt. Also da hat es sicher andere Gründe gegeben, die den Verwaltungsrat zu seiner Entscheidung bewogen haben. Sind das wirtschaftliche Gründe? Weil man sieht natürlich, wenn man die Auflagenentwicklung anschaut, das ist aber auch bei der NZZ so, dann sieht man deutliche Einbußen. Wenn man die letzten zehn Jahre anschaut, dann hat die NZZ am Sonntag etwa 30 Prozent an Auflage verloren, die NZZ ein bisschen weniger. Aber es ist auch viel. Also hat es damit zu tun? Oder womit hat es denn dazu zu tun? Da packen Sie jetzt zwei Dinge in eins hinein, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Wenn ich beides mal auseinandernehmen dürfte. Gut. Erstens die sogenannte Auflagenentwicklung. Ich finde es lustig, dass wir hier ein Format machen, das entweder als Podcast oder auf YouTube rein elektronisch ist. Und das Einzige, was für Sie offenkundig zählt, ist Papier. Tatsächlich die... Nicht Papier, sondern wie viele Leute das zahlen. Die gedruckte Auflage hat abgenommen. Aber die NZZ hatte noch nie in ihrer Geschichte so viele zahlende Kunden wie heute. Noch nie. Wir hatten teilweise eine höhere Auflage, aber das waren dann auch Gratisauflagen. Wir hatten noch nie so viele zahlende Kunden, wie wir das heute haben. Das Problem ist ein ganz anderes. Wir hatten einmal um die Nullerjahre, also um den Jahrtausendwechsel herum, hatten wir, das ist eine Zahl, die ich tief aus meinem Stammhirn hochhole, rund, glaube ich, 146 Millionen Franken Werbeeinnahmen aus dem Print. Heute haben wir, glaube ich, noch 22 Millionen Einnahmen aus dem Print im Jahr. Das ist die entscheidende Veränderung. Was die Beliebtheit der NZZ anlangt und die Bereitschaft, dafür zu zahlen. Wie gesagt, wir hatten noch nie so viele Leute. Aber das heisst auch, dass man eigentlich den Werbeerfolg, den man im Print hat, nicht transportieren kann, auch heute immer noch nicht, auf die digitalen Medien. Also all diese Versuche mit Bannerwerbung, mit irgendwelchen unterschwelligen Werbeformen, Sponsoring und so weiter, hier die Werbegelder doch fließen zu lassen, das hat eigentlich nicht funktioniert. Wir hatten früher, wenn ich das jetzt mal auch wieder ganz grob sagen darf, 80 Prozent der Erlöse stammten aus der Printwerbung und ein gutes Drittel stammte von den Aboerlösen. Heute hat sich das natürlich total umgedreht. Also die Aboerlöse sind extrem wichtig, die sind jetzt zentral geworden. Aber was ist denn eigentlich jetzt das Problem bei der NZZ am Sonntag? Wenn Sie sagen, es ist nicht die Auflage, es ist nicht der politische Kurs, was ist denn das Problem? Ich weiss nicht, ob es ein Problem ist. Ja, wenn der Chefredaktor gehen muss, dann ist es ein Problem, oder nicht? Ja, aber da sollten Sie das vielleicht das Gespräch mit denen führen, die die Entscheidung getroffen haben. Und das war nicht ich. Gut, dann frage ich Sie anders. Ist denn eigentlich der neue Chefredaktor Jonas Breuer, ist der eigentlich Ihnen unterstellt? Nein, und das ist auch sehr gut so, weil ich immer, seit ich die Chefredaktion der NZZ übernommen habe, der festen Überzeugung bin, dass Superchefredaktoren des Teufels sind und dass ein erfolgreicher Titel eine eigene Kernredaktion hat und eine eigene Identität. Und die können Sie nicht erhalten, wenn Sie kompletten Einheitsbrei machen. Aber das beginnt sich doch jetzt auch zu lösen. Also die Wirtschaftsredaktoren der NZZ sehe ich jetzt auch in der NZZ am Sonntag und umgekehrt. Das löst sich irgendwie auf. Ja, wenn man natürlich ein bisschen Synergien heben kann, dann ist das doch etwas sehr Positives. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man alles zusammenschmeißt, dass man einen Chefredaktor hat, dass man eben sagt, wir sind eine Redaktion, die halt unterschiedliche Titel bespielt. Das gibt es auch. Aber funktioniert eben das? Das funktioniert nicht. Also ich glaube, es funktioniert nicht. Weil es ist ja auch so, dass nur 30 Prozent der NZZ am Sonntag Abonnenten haben auch ein NZZ-Abo. Also es gibt eine unterschiedliche Leserschaft. Ja, und ich glaube, Journalismus ist etwas, was Sie nur in seinem sehr begrenzten Maß industrialisieren können und vom Fließband laufen lassen können. Journalismus ist eine Manufaktur. Da haben Sie Menschen, die mit Herzblut irgendetwas hämmern und klöppeln und nageln. Und das können Sie nicht einfach so streamlinen, dass Sie sagen, heute nagelt ihr die NZZ und morgen nagelt ihr die NZZ am Sonntag. Aber die meisten Verlage machen das heute so. Auch die SRG. Da wird einfach in einem Newsroom, wird dann einfach verwurzelt, verteilt. Ihr macht ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das. Also es wird alles irgendwie zusammengeschmissen. Und genau an den Einheitsbrei glaube ich nicht. Okay. Was muss jetzt Jonas Breuer machen bei der NZZ am Sonntag? Das heißt Digitalisierung. Das ist auch wieder so ein Wort. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass eigentlich nichts aussagt. Was heißt das jetzt genau? Ist es zu wenig digital, die NZZ am Sonntag? Die NZZ überhaupt? Was heisst das? Sie müssen sich gucken, wo alle Sonntagszeitungen herkommen. Der Sonntagstitel ist das, was man auf Neudeutsch Lean Back nennt. Man lehnt sich zurück und irgendwie zum Zmorgen hat man dann auch noch die gedruckte Zeitung und wurstelt da am Tisch herum. Das ist das klassische Habitat einer Sonntagszeitung. Aber so wie alle Medientitel übergehen in eine primär digitale Nutzung, wird das natürlich über kurz oder lang, vielleicht verzögert oder ganz sicher verzögert, auch am Sonntag passieren. Und dann müssen sich alle Sonntagstitel oder überhaupt alle Wochentitel müssen sich überlegen, wie entwickeln wir eine digitale Präsenz unter der Woche, damit wir nicht verschwinden, damit es eine gewohnheitsmäßige Nutzung gibt, weil es ist ja dann nicht mehr so. Bei der Printzeitung haben Sie ja das Wunderschöne, Sie schließen ein Abo ab und dann können Sie Ihre Zeitung eigentlich vergessen. Aber jeden Sonntag haben Sie die Zeitung im Briefkasten. Wenn Sie ein digitales Medienprodukt vergessen, dann heißt es, es kommt einfach nicht mehr vor, weil Sie es nicht mehr aufrufen auf Ihrem Smartphone oder wo Sie es auch immer angucken. Deswegen müssen Medien heutzutage immer schauen, dass sie in einer regelmäßigen Nutzung bleiben und dass der Konsument und die Konsumentin sie nicht vergessen. Und das gilt auch für Sonntagstitel. Und mit dem Problem kämpfen alle Sonntagstitel, nicht nur die NZZ am Sonntag. Und Sie müssen sich auch über die sozialen Medien ausbreiten? War das auch ein Gedanke? Ich meine, Twitter, Facebook und so weiter, Herr Preu ist eine bekannte Figur, war das auch so ein bisschen der Grund? Ja, aber wir machen ja nicht jetzt eine Präsenz der NZZ in den sozialen Medien und der NZZ am Sonntag, sondern da sind wir schon lange gemeinsam unterwegs. Es gibt nur den Brand NZZ für das in den sozialen Medien. Und ja, diese sind ein wunderbarer Marketingkanal, denn wir haben 800.000 Follower in den sozialen Medien, in den verschiedenen Apps und mit unseren 250.000 Facebook-Followern erreichen wir eine Million Menschen. Also das ist ein wunderbarer Marketingkanal. Zum Schluss noch schnell, Sie haben ja bei der NZZ sich wirklich stark konzentriert auf den Journalismus, im Gegensatz zu anderen Verlagen, die dann eben noch irgendwelche Internetfirmen gekauft haben, die eben Wohnungen verkaufen, vermitteln oder Staubsauger oder was auch immer. Sie sind eigentlich beim Journalismus geblieben, haben aber dazu gekauft Kongresse. Sie sind im Eventbusiness tätig, also Swiss Economic Forum gehört Ihnen, das Zürcher Filmfestival gehört Ihnen. War das eine gute Expansion? Also gerade wenn man in die Corona-Zeiten denkt, war das sinnvoll? Bringt es das? Oder jetzt, wo keine Events stattfinden, leiden Sie da nicht ganz besonders? Nun bin ich zuversichtlich. Wie gesagt, ich habe ja eine positive Note gegeben fürs Corona-Management, nicht für die Impfkampagne, die ist bis dato nicht sehr überzeugend. Aber irgendwann werden wir ja doch mal geimpft sein. Und irgendwann wird das ganze Eventbusiness wieder aufleben. Und ich glaube, dann ist das Bedürfnis nach direkten Kontakten größer denn je. Und von daher finde ich, der Erwerb des damaligen Swiss Economic Forum war eine kluge Entscheidung, weil es ist wirklich etwas, wo wir sehr gut gegenseitig Synergien nutzen können. Und Filmfestival? Passt der nicht so unbedingt? Der Glamour? Passt das zur NZZ? Herr Lieb, Sie wollen jetzt nicht sagen, die NZZ sei nicht glamourös. Doch manchmal schon, am Sonntag ist sie manchmal glamourös. Eben, darum ist ja auch Christian Jungen, der frühere Feuilleton-Chef, ist jetzt heute der Chef, der künstlerische Direktor des Filmfestivals. Also Sie sehen, auch dort gibt es Synergien. Ganz zum Schluss habe ich noch sechs Sätze für Sie, die ich beginne und Sie würden sie beenden. Die NZZ ist das Leitmedium für die Schweiz, weil? Weil wir nüchtern berichten und mit einem klaren Kompass kommentieren. Zeitungen verlieren an Auflage, weil? Manche Menschen sich nur auf den Print fokussieren. Die NZZ sollte mehr in Deutschland gelesen werden, weil? Weil es immer klug ist, für jedes KMU in der Schweiz zu skalieren und, wenn es einen guten Brand hat, ins Ausland zu expandieren. Die politische Ausrichtung der NZZ lautet? Wir sind liberal, Punkt, und wir machen Journalismus. Jonas Breuer wurde Chefredakteur der NZZ am Sonntag, weil? Weil er ein kluger Journalist ist und, ich glaube, ein großes strategisches Verständnis hat, wohin die NZZ am Sonntag gehen soll. Auch in zehn Jahren wird es noch eine gedruckte NZZ geben, weil? Weil unsere Kundinnen und Kunden das garantiert wünschen und wir ihnen eine gedruckte Zeitung liefern, solange sie es möchten und solange es wirtschaftlich darstellbar ist. Vielen Dank, Erich Kuohe, für das Gespräch. Das war der vierte Komm zum Cast. Alle unsere Podcasts sind zu hören auf Spotify, Apple und auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Jeden Monat gibt es einen neuen Podcast, immer publiziert in der ersten Woche des jeweiligen Monats. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.